hallo youtube und willkommen zu diesem neuen video ja an dieser stelle erstmal frohe weihnachten an euch alle ich bedanke mich für derzeit 11 abonnenten auf meinem kanal und hoffe für nächstes jahr dass es vielleicht ein paar mehr werden würde mich auf jeden fall freuen wenn ihr gerade neu eingeschaltet habt und einfach meinen kanal abonnieren würdet ja in der letzten zeit ist nicht viel dabei umgekommen um hier neue videos hochzuladen ich bin auch ganz ehrlich ich hatte einfach weder zeit noch hatte ich irgendwas ja zu reviewen wo ich hätte ein neues video darüber machen können außer vielleicht von dem heimers geschenk meiner frau aber ich glaube die hätte mir was anderes erzählt ja ich nehme dieses video auf jeden fall jetzt mittlerweile zum dritten mal auf und deswegen also zweimal ist jetzt mein handy abgestürzt beim speichern des videos ich habe jetzt umgestellt von sd karte auf den internen speicher in der hoffnung dass das auf jeden fall besser jetzt funktioniert denn dann denke ich mal meine sd karte bald hinüber ja erstmal gut wir haben den zweiten weihnachtstag aber ich bin jetzt leider auch nicht vorher dazu gekommen ein video zu machen deswegen verspätete weihnachtsgrüße an euch alle da draußen und ich hoffe ihr hattet ein schönes und besinnliches weihnachtsfest mit eurer familie und den engsten verwandten vielleicht je nachdem mit corona ist das ja alles gar nicht so einfach ja das sind erstmal meine weihnachtsgrüße an euch ich teile das video jetzt erstmal in mehreren parts auf und bleibt gesund habt noch ein schönes wochenende und ich hoffe bald kommt bald kommen neue videos von mir das könnte in den nächsten tagen durchaus passieren und ja bis dahin erstmal alles gute habt noch einen schönen weihnachtsabend und ja bis zum nächsten mal tschüss